Jetzt mal einen Roman, den ich geschafft habe. Ich habe in der letzten Zeit so furchtbar wenig gelesen, also ich schäme mich. Aber dieses Buch habe ich auf irgendeine Empfehlung in irgendeiner Zeitschrift oder so mir gekauft. Ich kann ja nie warten, bis es irgendwann in den Bibliotheken mal auftaucht. Und habe es auch nicht bereut. Die Autorin heißt Christina Gorchewa Newberry, ist also eine gebürtige Russin, lebt aber seit den 90ern in den USA. Und dieser Roman trägt eindeutig autobiografische Züge. Weil sie ist wie ihre Hauptperson, also in den 80ern, 90ern in Moskau aufgewachsen. Am Rand in einer Plattenbausiedlung. Ihre Eltern sind auch in Russland geblieben. Aber sie ist in den 90ern in die USA gegangen, hat dort geheiratet, hat studiert, arbeitet dort, hat viele Erzählungen und andere Sachen veröffentlicht. Und das ist aber ihr erster Roman. Und da wagt sie sich jetzt gleich ganz hoch hinaus. Denn im Original lautet das Buch Der Garten. Und das ist doch tatsächlich angelehnt an Tschechows Kirschgarten. Dem tausendmal hin und her gedeuteten berühmtesten Theaterstück über ein verschwindendes Zeitalter. Um es damit literarisch aufzunehmen, muss man außerordentliches Selbstbewusstsein haben oder außerordentliches Talent oder beides. Habe ich in einer Rezension gelesen und ich finde, sie hat es drauf. Ihre Figuren sind vier junge Menschen. Das Ganze wird erzählt aus der Perspektive von Anja. Und sie hat ihre beste Freundin, die wilde Milka. Und als sie so heranwachsen, so Teenager werden, kommen dann auch noch zwei Jungs ins Spiel. Der wilde Lopatin und der zergrübelte Trifonov. Und schon an den Namen merkt man, dass da Tschechow wirklich, da sind die Namen ja so ähnlich im Kirschgarten. Also ich habe jetzt den Kirschgarten auch, weiß ich nicht, ich glaube vor 50 Jahren oder so gelesen. Habe jetzt aber einfach nochmal nachgeguckt. Die Namen sind wirklich ähnlich. Und in dem Buch hier wird auch ständig irgendwie Tschechow zitiert, Tschechow gelesen. Sie lesen sich gegenseitig vor. Es geht um irgendwelche Seiten mit irgendwas. Und der zergrübelte, der immer ja und ja und der andere, der so ein bisschen der Draufgänger-Typ ist. Es ist wirklich ein bisschen Tschechow in die Gegenwart versetzt und so als ob man den Amerikanern ein bisschen die russische Seele und Kultur nahe bringen will, so als Einstieg. Das finde ich toll gemacht. Das Buch ist nämlich einerseits ziemlich hart. Ihre Freundin Milka hat ein ganz hartes familiäres Schicksal. Sie wird auch nicht alt werden. Und Anja ist an ihrem Tod nicht ganz unschuldig. Und auch aus den beiden männlichen Hauptdarstellern, da gibt es auch einige Probleme. Die Eltern kommen immer mal wieder ins Spiel, die sich ständig zanken, aber auf einer Ebene. Sie achten sich gegenseitig, aber sie haben an unterschiedliche Ansichten über die gesellschaftlichen Zustände. Es ist auf der anderen Seite aber immer so ganz zart, ganz behutsam, ganz schön irgendwie. Und alles so von einer leichten Melancholie überzogen, dass ich wirklich denke, ja, russische Literatur, auch wenn es jetzt, also sie ja nun seit Jahrzehnten in den USA, das kann man nicht verleugnen. Und das ist ganz anders zu lesen, als wenn es ein rein amerikanischer oder englischer Roman wäre. Das ist einfach eine andere Art. Das Buch hat mir ausgesprochen gut gefallen. Und also auch, was ich so gelesen habe an Rezensionen, sie wird wirklich hochgelobt, dass sie sich daran gewagt hat, wirklich das auch mit Tschechow in den Kontext zu setzen. Dass sie das sich zutrauten, dass sie das gemacht hat. Und gleichzeitig eben die Umrüsche in der Sowjetunion. Weil der Vater von ihr an einer Stelle sagt, das ist wirklich das Ende einer Epoche, das Ende der Welt, wie wir sie kennen. Was an die Stelle in dieser Welt tritt, ist schwer zu sagen, aber viele werden zugrunde gehen. Die Jugend hat aber die Chance, die sie zum Beispiel ja wirklich nutzt. Es war dann in den Wirren der 90er, wo sie gesagt hat, ich gehe jetzt in das Sehnsuchtsland. Weil mit ihrer Freundin damals auch immer so, alles was aus dem Westen kam, fand sie toll irgendwie. Die Musik von Queen und da mal was gesehen und da mal was gehört und so. Und dann kommt man in die USA und da ist ja nun auch nicht alle so wunderschön, wie sie es gedacht haben. Aber diese ganze Zerrissenheit und überall irgendwie so, wie ich jetzt ja wirklich ganz pro Scheimer sage, so die russische Seele, finde ich irgendwie, ich fand es also für mich sehr beeindruckend. Ich habe das sehr, sehr gerne gelesen und war irgendwie sehr berührt von diesem Buch. Und hoffe, dass sie sich mit, wenn sie weiterschreiben will, damit Zeit lässt. Und nicht, weil es jetzt so ein Erfolg geworden ist, dann anfängt so ein Vielschreiber oder irgendwas zu werden. Weil das ist irgendwie was ganz Besonderes. Diese Mischung aus Russland, Amerika. Sie kehrt ja zurück nach Russland, wo sie wirklich viele Jahre nicht gewesen ist und erkennt es kaum wieder. Ja, ein Meisterwerk über die unauslöschlichen Spuren, die eine Jugend in gesellschaftlich aufgewühlten Zeiten hinterlässt. Klare Leseempfehlung von mir. Klare Leseempfehlung von mir. Klare Leseempfehlung von mir.